Bei anstatt auf die Daumen los zu gehen, ne? Nö. Geh mir mal auf den Bulli mal. Was denn? Ja, ja. Für mich was denn? Oh! Oh, zu wenig Munition. Jetzt geht's ab. Ich hab nämlich keine Munition mehr. Schlecht. Geht's ab hier. Fäustlinge hoch. Warum, woher kann man das denn nehmen? Na, guck mal, von oben. Diese Scheiße füge ich ja schon wieder. Boah, ey. Bin weg. Okay, einer ist down. Wow. Medi. Deswegen. Woher kommen die denn? Hast du die angeschossen oder was? Nein. Die kamen genau wie die Bulli-Moxer für jeden. Nicht immer. Weil die scheiße sind. Man muss die treffen. Ich hab so ne Kackwaffe, ne? Und ich treff die auch noch. Ja, übertreib's auch. Geld, 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 Geld. Ach, jetzt ernsthaft? Alter, ich hab noch drei Herzen. Ach, drei Leben. Ist los bei mir? Autsch. Das sind zwei Stück schon wieder. Kommen die immer her. Ich bin mal voll auf den Sack. Ich wollte gerade in mein Inventar zugreifen, dann kreimen die schon wieder. Hm, ich bin gleich tot. Oh. Du musst die treffen, ne? Autsch. Und ich hab noch nicht mal Munition. Bei, wo sind die? Was ist das für ein Scheiß? Vielleicht schon gut halt. Alles klar. Boah, ey, Drecksicher. Endlich, ey. Ich wollte gerade in den Inventar zugreifen. Was ist los hier? Bist du aufgesonnen mit gerade? Okay. Ach, man ey. Komm, wir müssen so zu Clip der Welt gehen. Ey. Haha. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin... Der Hammer auf dem Kopf. Stets zu diensten. Bevor du die Kammer erreichst, du wahnsinniger. Bevor du auch so einen Hauch ihrer Macht spürst, wirst du zigfach erschossen und verbrannt. Und du? Naja. Ja. Wenn du mir jetzt bitte das Robber tauchst. Hehehe. Hier. Kannst du haben. Das Problem ist ja Komunition. Ja, wir können uns gleich was kaufen. Weißt du ja. Kannst du nur das hier mit dem hier verbinden und... Ja. Hauen das Ding mal in den Kopf rein. Ja, vielleicht reinrahmen. Was schießt du denn die ganze Zeit? Aber nur so. Hier. Und du bist weit hässlicher als die wir in Erinnerung hatten. Doch Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammen tun. Oh, auf diesem Plächer hier hausen nur Trottlossen werden. Haha. Aber doch Zeit. Wannst du schon? Na ja. Naja. Aber. Weil der Strom nämlich noch gar nicht an ist. Weil der Strom nämlich noch gar nicht an ist. Verkauft. Was ist das für ein Schrott hier? Was ist das für ein Schrott hier? Ja, noch so viel Mist hier drinnen. Wenn du dir was zu verkaufen gibst. Alles so kacke. Ja, ist Anfang, ne? Es ist keine Freude, dein Geld anzunehmen. Nicht genug Geld für den Kid anpassen. Geil. Geil. Ich hab dir was falsch dazu verkauft. Ach komm schon. 199. Jo, bis nichts mehr. Ja. War ja klar, aber du will mal alles gut sein. Hö? Nicht, hä? Äh, hä? Boah. Hä? Hä? Oh, Amo. Hallo! Hä, der Automat geht auch nicht. Nein. Aber jetzt. Jep. Ja, ja. Alles klar. Wollen wir erst oben oder unten? Äh, egal. Das Rölle. Wir lassen uns also die hier oben in die Hölle jagen. Frisst das. Frisst das böse nicht. Ah, da kommt was fettes geflogen. Ja, kam auch. Das stimmt. Cool. Was ist los bei dir? Oh. Ja, was? Ne, geh weg da. Musst du nur treffen noch. Deswegen. Boah. Ey. Alter. Wo der Scheiß. Ernsthaft? Ja. Was ist los bei denen? Ja, wir sind zu zweit. Deswegen ist das natürlich nochmal schwerer, ne? Du auch fast am Stern? Ja, ich bin fast tot. Wo bist du? Ja, gut. Wieder am Leben. Hab den erstmal nochmal runtergehauen, etwa. Boah. Ja. Du bringgefallen und gib mir nicht. Mach dir kalt. Wie viel... Wie viel hauen die denn rein? Ey, die sind geil, ne? Ja. Ja. Gleich haben wir den. Naja. Nimm du. So. YOLO, würde ich sagen, ab zum Teich, ne? Das ist kein Teich. Steht saubere Teich. Ja. Achso. Hab ich gar nicht gelesen. YOLO. Das war nicht so schwer. Ne, da kommt noch mehr. Ja, YOLO. Ich war nicht die einzige. Da kommt gleich noch ein großer. Ja. Ja. Ich soll mal chillen. Ja, ne? Da kommt er. Ach, YOLO. Über zwei, drei... Ach, da sind so Kinderdinger. Ja. Ja, YOLO. Meins. Meins. Gieriger Junto. Ich hab auch zwei Dollar bekommen. Da greift eine richtige Affe, ehrlich. Warum? Ich mach doch gar nichts. Was hab ich eigentlich? Ich geh mir noch mal schnell zum Waffenautomat. Ich habe... Sirenen... Kit... noch da. Lech. Aufzuschnitten. Was soll ich machen? Ich hab keinen Bock zu pausieren. Außerdem ist Borderlands, Quank. Ich bin Quank. Du bist Quank. Du bist so sehr krank. Äh... Für mich gibts hier nix. Was haben wir denn hier noch? Ich hab nicht... So, ja... Ähm... Ach, diese Wegwerpfaffe, ne? bei mir auch was schon abgegeben ja ich habe wieder zwei question hatte ich habe gerade was zu wechseln hast du schon schild hier ist ein gutes schild bei erst mal die anderen zwei sachen verkaufen 280 dafür habe ich zu wenig kohle hier warte mal ich habe noch ein schild oder hast du doch du hast eins gut ist denn das schild was ich habe 117 13 17 24 wie viel kriegt denn da 37 viel zu wenig schätze was brauchst du denn ja kohle hier ist ein besseres schild ein geburt des tages 117 ladegeschwindigkeit kauf immer munition ja mach ich auch erstmal warte mal der hatte doch hatte sie nicht auch noch ein gebot der woche gehabt welcher ja ja ausverkauft ja dann yolo benutze den aufzug noch nicht da steht da was gibt es denn hier noch komischen farben oder was geht und verteilen benutzen der kopf modisch also ich kann auch noch keine skill punkte was das ist das ein scheiß nö nö das kommt jetzt kommen wir nicht fähig nö 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 das ganze nö Richard gibt es noch nö ja und er schilder aber die ja 126 ich hab 117 Aug ich hab noch n96 da kann ich dazu verkaufen muss für steam Si äh äh kronen jolo ne? hab ich schon hm ich weiß ich weiß ich weiß ach so ja die karte hm ach so links müssen wir ja ich weiß na geh nicht ach so ja ach so warte mal musste man nicht mit diesem Fernglas ich glaub's ja nicht so ne Aktivität auch ja da kannst du nach oben gucken ja das kostet auch noch 5$ wo sind wir denn hier? ja soll ich mal? erst mal ja direkt was auf der Fresse hm hm direkt direkt aufs Maul direkt YOLO sagen direkt YOLO sagen uaaah ups das hat zu hoch geworfen ah einer mit Schild hm ist halt so ne weißt du was? ok YOLO ok YOLO ok YOLO hat er gesagt ja was ist mit dir? einfach zu wenig Munition wieder ja du klar das ist über eine Waffe eingeschnappt ne? wo? YOLO da oben ist noch einer da war keine Waffe wo ist einer? da komm direkt runter gesprungen pfff uuh ffff wir haben einen speicherpunkt meins es kann sein eine kiste ist aber nach so eine klanten so ein kleines fass ist alles werk